Sons of the Forest Ja, ich habe echt viel Hunger, viel Durst, deswegen nehmen wir gleich mal ein bisschen Gregg-Suppe zu uns. Der Mega-Buff schlechthin. Jawohl, das bringt ja mal fast gar nichts. Also an Essen und Trinken die Buffs schon. Gleich drei Stück auf einem Haufen, aber ist denn mein Fleisch, das ich in der letzten Folge hier angefangen habe zu trocknen? Sag mal, klauen die mir das immer noch aus dem... Ich glaube die Vögel, die klauen mir das immer noch hier vom Stand. Ich muss das Dach fertig bauen, dringend. Hi Virginia, du hast echt einen tollen Job gemacht heute Nacht. Du kannst dich jetzt erstmal ein bisschen am Strand ausruhen. Das ist wirklich sehr cool gewesen, was du getan hast. Also, dann trinke ich doch gleich mal noch eine Dose. Ne, Quatsch, Essen brauche ich. Und ich muss auch noch zwei Dosen so mitnehmen, weil ich nämlich vorhabe, den Wohnungsbunker aufzusuchen. Aber erst muss ich die heftige Nacht und den Überfall aus den Knochen schütteln. Meine Knochenrüstung buchstäblich ist auch hinüber. Speaking of, da können wir eigentlich gleich mal hier anziehen, was geht. Und dann auch wieder nachbauen, was geht. Wie viele Knochen... Also, Seile habe ich sieben. Klebeband habe ich fünf. Das heißt, Knochen... Jawohl. Also, dann hauen wir die hier alle mal hin. Das sind vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Weil wer weiß, wie viel in dem Wohnungsbunker an Gegnern unterwegs ist. Das ist einer der größeren Dungeons, soweit ich mich erinnern kann. Okay. Jetzt habe ich noch ein Klebeband. Dann nehmen wir noch vier Knochen auf. Ich habe ja so viele Knochen. Schaut mal. Das ist echt heftig. Ah, ich lieb's. Halt. Nein, das war falsch. Ähm, andersrum. So. Ein Seil, ein Klebeband und die vier Knochen. Da fühle ich mich jetzt eigentlich ganz gut gewappnet. Jetzt muss ich noch die Hände waschen. Ich habe mir die Hände schmutzig gemacht. Weil ich habe bisweilen natürlich auch den Kill geklaut. Ähm, wenn sie ein Kopftreffer gelandet hat, muss ich nicht. Meine Hände sind... Kann ich nicht. Am Fluss. Ähm, dann sind die Gegner natürlich umgefallen. Und ich habe sie dann quasi mit der Axt finishen können. Das war sehr spaßig. Ich glaube, ich muss einfach baden gehen. Mit dem Händewaschen geht, glaube ich, nur in Subsistence. Ja, oh Gott. Das ist ja schön flaches Gewässer hier. Da kann man nicht baden gehen. Was ist da vorne? Was war das? Hilfe. Ja, genau drauf zulaufen, ne? Immer gut. Ach, das ist ein Ast. Oh, Schock. Alles klar. Huh, Treibholz. Kann ganz schön gruselig sein in dem Spiel. Alles klar. Ähm, und dann werde ich... An den Ressourcen, die ich noch habe, werde ich weitere Haftbomben bauen. Und Molotow-Cocktails. Weil ich habe ja einen Großteil jetzt in meinem neuen Lager geparkt. Wir haben in der letzten Folge ziemlich viel am Haus gebaut. Und Gott sei Dank jetzt auch endlich mal zwei Regale hingestellt, um gesammelte Ressourcen einfach mal schön lagern zu können. Weil ich in der letzten Zeit bei meinen Trips echt viel habe liegen lassen müssen. Und das ist sehr... Unbefriedigend. Um es so auszudrücken. Hier, das sieht doch cool aus, oder? Yeah. Also ein paar Mollis. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs kann ich, glaube ich, bauen. Drei, vier, fünf, sechs. Wunderbar. Gleichzeitig Kaffee trinken und Mollis basteln. Was man so am Morgen tut, ne? War es das schon? Nö, ich kann doch noch. Eben. Äh, nein, 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 nein. Nein, ist alles gut. Also jetzt, äh, das, das. Wir können auch gleich zwei, drei, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann brauchen wir, glaube ich, Draht. Eins, zwei, drei. Ich brauche Kleingeld. Wie viel brauche ich denn davon nochmal? Äh, wo ist denn die Haftbombe da? Fünf Kleingeld, also fünfzehn. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und was noch? Klebeband. Habe ich welches hier gelagert zufällig? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur Draht ohne Ende geparkt. Ja, dann hoffen wir, dass wir auf dem Weg dahin, äh, welches finden. Ich habe jetzt sowieso, dadurch, dass ich meine Taschen geleert habe und alles hier ins Regal gestellt habe, habe ich die Hoffnung, wenn ich jetzt quasi Richtung, äh, Wohnungsbunker laufe. Der ist irgendwie, ähm, hier rum oder da rum? Wie muss ich um den Berg herumlaufen? Das ist mir eigentlich wahrscheinlich total egal. Ähm. Aber dann werde ich jetzt mal schauen, ob ich auf dem Weg so ein kleines bisschen an, an, an Ressourcen sammeln kann. Klebeband, einfach, äh, vor allen Dingen. Und Seil. Das kann auch nicht schaden. Weil das ist jetzt auch fast aufgebraucht. Und wie ihr gesehen habt, Kochen, Knochenrüstung ist immer gut im, im, im Gepäck dabei zu haben. Wie schnell einem das weggeprügelt wird, ist immer wieder gruselig mit anzusehen. Ja, das ist quasi diagonal auf der anderen Seite. Ich müsste eigentlich über den Berg. Jetzt muss ich halt so knapp, so knapp wie möglich an ihm vorbei, um möglichst viel Weg, Zeit zu sparen. Und das ist eventuell auch ein Bereich, den ich noch nicht so abgegrast habe. Und vielleicht entdecken wir da ja auf dem Weg noch was. Und, oh, ich trage so viel Chicorée. Apropos, kann ich denn, ähm, ich habe doch hier Aloe Vera. Da brauche ich jetzt, was brauche ich hier noch, das da? Beide Röschen. Nee, ich habe, ich habe nicht die richtigen Kräuter dabei. Ärgerlich. Hier wächst Chicorée ohne Ende. Ah, eine Folie. Davon habe ich echt auch zu wenig. Klebeband? Nein. Ja, das ist der, 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 der Baumstamm, an dem immer wieder eine neue Folie hängt. Das ist wunderbar. Ich kann es mir noch nie merken, dass die hier ist. Aber es ist ja dann auf der anderen Seite auch immer wieder eine schöne Überraschung, dass es hier ist. So, hey, eine Folie. Ein, ein Speicher statt extra. Komisch ist auch, dass die, ähm, nicht mehr Überlebenden mit ihren GPS-Trackern immer wieder auch neu auf der Karte markiert werden. Ich finde, das, das, ähm, passt nicht so ganz in meinen, ich muss die Karte abgrasen und alles, was erledigt ist, wird dann gestrichen von der Karte. Äh, und da poppt immer wieder neues, altes Zeug auf, was mich regelmäßig irritiert. Weil ich dann selten weiß, habe ich das jetzt schon gemacht oder nicht. Ich meine, in dem Fall weiß ich, ich habe die drei, die drei Kollegen abgegrast und auch die, äh, GPS-Tracker mitgenommen. Äh, aber trotzdem. Ist da auch eine Folie? Uh. Genial. Schön auftrapiert. Da wollte sich jemand nicht auf den dreckigen und nassen Baumstumpf setzen und hat dann deswegen diese, diese Folie aufgelegt. Clever. Ja, aber halt so abseits der, der Straße. Und Schotterwege ist halt auch vergleichsweise wenig zu finden. Das ist zwar... Oh, äh, Spinnenweben. Aber man lässt sich auch immer wieder mal gerne überraschen, ähm, was es hier so zu finden gibt. Ich muss nur kurz mal ein bisschen Päuschen einlegen. Also ich habe jetzt deswegen so wenig zu essen und zu trinken mitgenommen, weil ich die Hoffnung habe, dass ich natürlich in dem Wohnungsbunker so den einen oder anderen Soda-Drink finde. Ein paar... Oh, da vorne, schaut mal. Ähm, vielleicht so ein paar Jerky-Beef-Würfel. Noch eine Folie. Das ist der Folien-Run hier. Ich kann bald keine mehr tragen. Passt auf. Dann werde ich sehr traurig sein. Da oben waren wir, glaube ich, schon mal. Bei dem Lager. Das ist tatsächlich jetzt eine neue Route. Also die bin ich noch nie gelaufen. Ein bisschen jungfräulich hier unterwegs. Das ist leider die größte Zoom-Stufe. Ich kann nicht sehen, ob ich tatsächlich in Richtung des Wohnungsbunkers laufe oder nicht. Aber ich kann den... Ich erkenne den See ganz rechts oben auf meinem Navi unter der Uhrzeit. Das ist dieser große See mit der großen Höhle. Ähm, ich glaube, das war die Höhle, die auch das Raumschiff hatte. Wo ich noch mal hin muss, habe ich... Habt ihr mir geschrieben, ich bin nicht in das Raumschiff rein. Ich habe da gar keinen Eingang gesehen. Aber es gibt wohl einen. Und da drin ist ein weiteres Artefakt. Und offenkundig auch eine sehr gute Rüstung. Also, holla, die Waldfee. I need this. Vielleicht schnappe ich mir den... Golf-Card. Wo ist er denn? Ein Stück weg. Ja, die Entfernungen auf dem Navi, die sind echt schwer einzuschätzen. Das sind doch immer noch mal ganz schön viele Meter, die man da in den Wald sprinten muss, bis man dort angekommen ist, wo es blinkt und interessant ist. Ah. Ist das das, was ich brauche oder ist das das, was ich schon hatte? Pflanzen sehen alle gleich aus. Auf jeden Fall mitnehmen. Für später. Virginie hat mir auch schon ein bisschen Aloe Vera geschenkt. Das war sehr lieb. Weil das ist am schwersten zu finden. Da freue ich mich immer am meisten, wenn sie damit um die Ecke biegt. So. Gibt es hier noch irgendwas zu sammeln? Kult-Anhänger. Oh, ne Sodadose. Immerhin. Also hier war ich noch nicht. Ne. Oh, oh. Ich höre jemanden. Gut. Jetzt gleichzeitig wieder durch die Pampa brettern, nicht gegen Bäume fahren und das Navi im Blick behalten. Ich habe gerade den Wohnungsbunker im Blick gesehen. Ganz rechts oben auf der Navi-Karte. Also wir müssen wirklich um den kompletten Berg rum. Warum nicht? Jetzt wo wir der Straße folgen, finden wir ja vielleicht abseits links und rechts irgendwas. Das wir noch mitnehmen können. Folien bin ich jetzt bedient. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr tragen kann. Klebeband wäre jetzt nicht schlecht. Dann könnte ich nämlich noch on the fly. Ich muss eigentlich durch die Landschaft durch. Ich nehme zu viel Umweg in Kauf hier. Aber es ist halt schön zu fahren. Ich muss halt echt jetzt schön am Berg entlang. Da, wo es rechts oben... Oh, oh. Ich will dich nicht überfahren. Komm. Dich habe ich überfahren. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube ein Waschbär oder sowas. Und du hast es verdient. Oh, ich muss... Oh. Ich glaube, das wird jetzt schon wieder ein bisschen lästig hier mit dem Fahrzeug. Weil so Offroad sind die Dinger unfassbar ungeeignet. Oh, da ist eine Strecke. Straße. Ja, 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 ja. Uh, cool. Ah, Bonk. Jetzt müssen wir dann gleich, wenn wir um den Berg rum sind, drängen nach rechts. Oh, da ist der Gleiter. Da wird auf der Karte angezeigt. Oh, ihr habt mir geschrieben, dass man den tatsächlich sogar mitnehmen kann. Weil in der Early Access Fassung hat man den nur in der Hand halten können. Und dann musste man den eigentlich immer zurücklassen nach einem schönen Flug. Aber offenkundig kann man den tatsächlich eintüten und mitnehmen. Was auch für dieses Einradmotorrad zu gelten scheint. So wie ihr mir das geschrieben habt. Was ich sehr gut finde. Weil das hat mich echt gestört. Das war dann deswegen für mich in der Early Access Fassung absolut nutzlos. Gibt es hier eine Strecke, die... Ja, da vorne ist eine Straße, die nach rechts führt. Und im Zweifel ein Ersatzfahrzeug. Halt, hier geht es hoch. Der hat es mitten auf der Kreuzung geparkt. Danke für nichts. Ich schlitter die ganze Zeit nach links, weil die Straße so abschüssig ist. Oh, das Fahrzeug ist so schlimm. Aber es geht halt ein bisschen schneller. Auch wenn ich jetzt hier nicht Luftlinie durch den Wald laufen kann. Komme ich vielleicht doch ein kleines bisschen schneller voran. Nur jetzt wird es da oben ein bisschen kritisch. Ich glaube, ich gehe zu dem Gleiter. Und dann fliegen wir... Fliegen wir vom Berg scharf nach rechts. Das machen wir. Mal sehen, vielleicht gibt es da auch noch was anderes einzusammeln. Oh, schaut mal ganz... Hi, hi. Du stehst sogar noch. Well. Es nimmt immer ein yes Ende mit euch. Wenn ich um die Ecke biege. Es tut mir immer leid. Aber was soll ich denn machen? Pillen. Oh, wie viel habe ich davon eigentlich? Drei Stück. Leuchtfackeln neue. Klebeband. Energieriegel. Batterien. Und ein Speicherpunkt. Lässig. 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 Kleinen Moment. Ich muss mal kurz den Hund umparken. Weil der lässt mein Bein schon wieder absterben. Na, guck mal. Ab ins Bettchen. So, bitteschön. Er legt sich gleich hin, ohne mich böse anzugucken. Das ist auch mal eine Seltenheit. Brombeeren. Wo ist jetzt der Gleiter? Der ist hier. Wo? Der Karte ist ja... Wo ist denn... Hey. So. Jetzt sind wir ganz nah dran. Maximale Zoomstufe. Wo ist das blöde Ding? Da. Natürlich. Wo sonst? Okay. Jetzt habe ich natürlich kein Navi. Aber das... Ging schon in die Richtung, oder? Oh, doch. Ich habe doch ein Navi. Cool. Also, hier lang. Ups. Das war ein holpriger Start. Hey. Ich komme nicht durch die Bäume durch. Ganz schön breite Flügel. Also, hier ist ein guter Startpunkt. Moment. Ich muss nochmal das Navi rausziehen. Jetzt aber. Können wir da rüberfliegen? Okay. Ich hoffe, der stürzt jetzt nicht ab. Ansonsten, ich habe gespeichert. Das war... Das war nichts. Ich glaube, wir müssen nochmal laden. Und jetzt seht ihr auch mal, wie lang das in der finalen Version immer noch dauert, leider. Das stört mich so ein kleines bisschen, wenn man einen Spielstand ladet. Man kann es vor allen Dingen nicht aus dem Spiel heraus machen. Das ist auch schon mal ziemlich dämlich. Sondern man muss ins Hauptmenü zurück, um dort dann den Speicherstand zu laden. Habe ich noch nie verstanden. Das war im ersten Teil auch schon so. Und... Äh... Why not? Hier... Du drückst auf Escape, kriegst ein Hauptmenü. Ähm... Und kannst dort laden. Jetzt... Ich hoffe, ich habe jetzt einfach nicht die falsche Taste gedrückt, weil normalerweise... Ähm... Wie startet man nochmal den Sprung? So. Ja. Na also. Lässig. Über den Wolken. Oh, habe ich sogar Auftrieb gerade? Ich scheine nach oben zu fliegen. Also an Höhe zu gewinnen. Wenn das so wäre, das wäre ja geil. Ähm... Yay. Oh, ist das super. Das ist ja wohl die entspannteste Art und Weise, jetzt hier quasi wirklich Luftlinie zum Ziel zu fliegen. Und ich scheine überhaupt nicht an Höhe zu verlieren. Äh... Cool, jetzt kann ich auch mal entspannt einen Kaffee trinken hier. Man sinkt nicht, oder? Guckt euch das an. Also ich habe echt das Gefühl, dass der echt ordentlich die Höhe hält. Jetzt kommt natürlich ein kleines bisschen die Baumwipfel in die Quere. Ich hoffe, die haben keine Kollisionsabfrage hier oben. Das kitzelt am Po. Danke. Ey, wenn wir jetzt hier bis zum Schluss durchfliegen. Wobei da vorne, ähm... Hinter den Bäumen, die ich hoffentlich noch überfliegen kann, da sieht es nach einer hohen Klippe aus. Komme ich noch höher? Nein. Höher. Zwei Rauchsäulen. Ist auch nicht gerade sehr vertrauenserweckend, auf die zuzufliegen. Ja, ich glaube nicht, dass... Wobei... Der untere Teil der Klippe, also da, wo die Bäume sind, direkt über meinem Griff, ich glaube, da kann ich gut landen. Und dann mich links entlang hoch... hocharbeiten. Oder ich schaffe es wirklich noch, bis da hoch. Weil ich muss nämlich leicht nach links... äh, rechts, Entschuldigung. Ähm... Aber wir kommen schnell... an unser Ziel. Boah, das ist echt super. Jetzt kommen keine Möwen, die mich auslachen, ne? Die sind jetzt alle ganz still. Ha! Das scheine ich zu erreichen. Also ich... Ich bin jetzt schon eigentlich... immer noch über... über dieser Felskante. Das heißt, ich kann da echt... richtig elegant landen. Und dann werde ich einfach mal... die Axt in die Hand nehmen und gucken, ob ich... ob der das Ding wirklich irgendwie eintütet. Wenn er das schon aus der Hand legt, wenn ich gegen einen Baum laufe, dann... Das ist so super, das Ding. Also richtig super. Und da vorne ist ein Zelt. Da kann ich landen und speichern. Also besser kann es nicht laufen heute. Ähm... Ähm... Äh... Oh ja, das war ein bisschen... So, äh, wie kann ich das Ding jetzt... Tatsächlich. Und wo ist das jetzt? Danke für den Tipp, Leute. Da ist er. Ist das geil! Ich hab den... Ich hab den Gleitschirm. Na, na, na. Nein, lass mich ja speichern, bevor ich hier irgendwas mach. Nicht, dass mich die Musik genervt hätte, aber ich wollte den Chip mitnehmen. Aber ich hab schon genug. Druckerpatrone. Oh, das Ding können wir ja auch mitnehmen, neuerdings, hab ich mir sagen lassen. Tatsächlich. Ha, 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 ha. Äh, die, 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 die Rumpflasche hätte ich... Äh, jäh, 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 jäh. Wir speichern nochmal. Und ich lass dich eh in Ruhe. Du lässt mich in Ruhe, dann lassen wir uns beide in Ruhe und dann sind wir beide zufrieden. So, das letzte Stückchen laufen wir zu Fuß. Ähm, ich benutze das Einrad-Motorrad ungern. Ich find's ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Aber ich nehm's jetzt trotzdem mit. Dadurch, dass das jetzt geht, dass ich weiß, dass das geht, nochmals vielen Dank dafür, ähm, nehm ich's mit. Na, schwäbische Mitnahme-Mentalität. Nehm's mit, kann man brauchen. Ha, ha, ha. So, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Wir waren ja hier schon mal. Und dann mussten wir unverrichteter Dinge wieder abziehen, weil uns die dritte der drei Keycards gefehlt hat. Das war unfassbar enttäuschend, weil das ist halt echt ein, das ist halt der maximal weiteste Weg von meinem Lager entfernt. Und halt um den Berg herum. Dann haben wir einen Tunnel begraben. Sind wir in 50 Jahren fertig. Oh, ich schau mal, ob ich hier einfach mal einen Schokoriegel zu mir nehme für ein bisschen Energie. Jawohl, das sieht schon besser aus mit meiner Ausdauer. Die hab ich ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. War hier da nicht auch der Hubschrauber? Genau, da war der Hubschrauber. Was ist denn hier neu gespawnt? Wenn überhaupt. So cool, wie die Rotorblätter sich noch leicht drehen mit der Leiche da oben drauf. Ah, das sind die Kleinigkeiten, ne? Munition. Äh, Klamotten. Und sonst nur... Oh, hi. Oh, du... Rotztes Scheiß-Stinktier mir ins Gesicht. Ich fass das nicht wahr noch. Ich hab doch noch nie mal irgendwas gemacht. Ey. Ist mir auch noch nie passiert. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Rotorblatt, ne? Das füllt das Spiel mit Leben. Ähm. Und ein Stinktier, das ins Gesicht spuckt, auch. Der Hammer, ey. Ich glaub's nicht. So. Ähm. Durchbruch. Steine. So. Nach oben ging's, glaub ich, nicht weiter. Nach unten hier war der... Hier, genau. Neues Terrain. Progress. Und wieder unheilvolle Geräuschkulisse. Ich lieb's. Ich hab mir auch geschrieben, was an diesem Spiel so toll ist und da kann ich einfach nur zustimmen. Oh, Zwischensequenz. Das war nicht so klug. Get down, Sun. Little Mutantim. All grown up. Ich wollte jetzt eigentlich noch da die Treppe runter gucken, aber... Oh, ich komme noch hin. Oh, schön. Cool. Weil, hier, schaut mal, da waren noch Sachen. Gut, das war jetzt krass. Ähm, nee, ist eh sagst du. Was wollte ich sagen? Ja, dass ihr mir geschrieben habt und da kann ich vollkommen zustimmen. Der erste Teil war ja schon faszinierend mit dieser sehr lebendigen, organischen Open-Air-World. Ähm, der Insel, dem Wald. Aber auch diesen Höhlen, die ihre eigene Horror-Faszination entwickelt haben, die es ja jetzt hier im zweiten Teil auch gibt. Plus eben diese ganzen Untergrund-Bunker, die das Ganze entdecken und die Atmosphäre und das Storytelling nochmal auf ein neues Level heben, finde ich. Ich habe bitte noch alles bei mir, ne? Gut, alles klar. Was ist da eben passiert? Zu? Oh, ja, hier unten gibt es diverse Performance-Probleme. Seht ihr, wie das immer mal wieder einfach hängen bleibt? Klebeband. Oh, shit. Wo ist denn mein Speer? Fünf. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert, wie ich das wollte. Das würde ich aufs Bein wollte ich schlagen. Hat mich zwei, zwei Rüstungsteile gekostet, aber eins kriege ich jetzt wenigstens wieder zurück und ein gutes noch dazu. Weil es ist halt immer, äh, hier bei denen einfach auf das Bein schlagen, damit sie gestaggert werden und auf die Knie gehen. Und dann kann man ihnen ordentlich den Rest geben, bis sie wieder aufgestanden sind. Das ist so super. So, ähm, ich mache jetzt mal so viel Haftbomben, wie geht's. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, eins, zwei. Was fehlt noch? Die Uhren. Eins, zwei. Ich habe es fast auswendig. Da sind immer viele Zutaten, ne? Das ist eine aufwendige Blaupause. So, okay. Dann schauen wir uns mal den ersten Raum hier an. Lampe. Ich will nichts übersehen. So wie, oh, da gibt's was zu lesen. Äh, Hank. Das ist das Buch, von dem ich dir erzählt hab. Ziemlich, ziemlich präzise. Ich hab alle, was? I got some, achso, er hat für alle Anwohner hat er ein Buch davon. Oder eine Ausgabe. Also das hier. Paften. On creating an Empire. Das ist von dem Chef hier. Und wie er sein Imperium erschaffen hat, hat er hier in einer Autobiografie zusammengefasst. Jawohl. Auch das kann weg. Das kann weg. Das habe ich aus Versehen geöffnet. Ich will wieder meine Axt. Ich will wieder meine Lampe. Oh ja, es sind tatsächlich ein paar Exemplare hier. Das ist ein dickes Buch, ey. Der hat viel zu erzählen. Mollys. Oder halt. Oh. What's this? Taschenlampenvorrichtung. Sehr schön. Medizin. Äh, Taschenlampenvorrichtung. Ich hab auf meiner Pistole... Upsala. Auf meiner Pistole habe ich eine, ne? Ne. Kann ich gar nicht draufschrauben. Schade. Auf meiner Schrotflinte? Auch nicht. Dieses komische Erz, das nehme ich jetzt nicht mal vorbei. Ich habe es ja gelagert. Schokoriegel. Stoff. Munition. Stoff. Wunderbar. Hier ist noch ein Koffer. Mit Batterien. Ich habe keinen Platz mehr für Batterien. Das hatte ich auch noch nie. Munition. Ich hoffe, das ist keine... Boah, die Drohnen, die will ich auch haben. Wow. Das ist so ein dicker. Oh ja, das sind die dicken. Äh. Ei. Die kam jetzt ein bisschen überraschend. Und hat mir vier Einheiten Rüstung weggeprügelt. Are you kidding me? So. Und die laden wir auch nach. Wow, 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 wow. Gebt mir eure Rüstung. Ich habe bald keine Munition mehr, merke ich gerade. Kann ich nachladen. Oh Gott, jetzt kommt der Dicke auch noch. Himmel. Ich will keine Kugel verballern, deswegen... ...lasse ich mir Zeit beim Zielen. Ich muss kurz raus hier. Nein, du nicht. Ich habe keine Munition mehr. Puh. Das sind viele. Wirklich viele gewesen. Uncool. Die kann man nicht auseinander nehmen. Oh, dann waren das nur teilweise so dicke. Aber sieben, acht Gegner auf einen Schlag plötzlich. Ei, 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 ei. Ne, die waren... Das war nur ein Dicker, den man auch häuten konnte. Die anderen waren kleine. Da habe ich dann vielleicht ein bisschen zu sehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber das konnte ja keiner ahnen. Und vor allen Dingen... Better safe than sorry. War mir ein bisschen zu viel jetzt gerade. Oh, Baby. So, nächste Wohnung. Oh. Oh, ich hoffe, ich sehe das, was ich sehen will. Das könnte das Katana sein. Ein Golfball. Was zu trinken. Ähm, by the way. Was zu essen könnte ich vertragen. Was zu trinken übrigens auch. Immer schön... ...outgemaxt sein. ...für maximale Ausdauer. Liegt hier irgendwas zum Lesen? Nein. Aber eine Glühbirne? Oh, Baby. Eklavt. Ein Zettel. Hank, gute Nachrichten. Wir haben beide, beide Golfschläger und die Bälle gefunden. Wir wollen dir danken für deine ganze Hilfe und... Äh, was? Das geht ja echt um Bälle. Golfbälle. Hier, überall. Ich nehme die alle mit. Ich werfe alle tot mit Golf... Oh. Kann ich einen Golfschläger auch mitnehmen? Nein. Aber ich kann drucken. Sehr gut. Ähm, und zwar möchte ich... ...weitere von den Techmashs. Druck du und jetzt hole ich mir meine Lieblingswaffe. Weil ich habe, glaube ich, richtig gesehen... ...das Katana. Nein, das ist ein Golfschläger. Naja, gut. Das Katana ist auch noch irgendwo in einem Bunker unterwegs. Und das will ich haben. Das ist so cool. Das war im ersten Teil meine Lieblingswaffe. Das hat zwar an sich nicht viel Schaden ausgeteilt, aber es war blitzschnell und deswegen der Damage over time unfassbar gut. Und es hat trotzdem auch ganz ordentlich gestaggert. Also... Und natürlich ein Katana, das sieht halt cool aus. Kann man sagen, nix. Jetzt ist mir der Sprit ausgegangen. Wie viel habe ich von den Techmashs eigentlich? Ich brauche insgesamt zehn. Sieben. Okay. Gut. Der nächste Raum scheint mir... ...erledigt. Cool. Ich habe ihn zwar nicht mit den Beinen getroffen oder an den Beinen getroffen, aber trotzdem so umkreist, dass ich nie Schaden genommen habe. Rauf oder runter? Rauf oder runter? Wir gucken erst mal runter. Da oben ist eine Tür. Oh, okay. Dann gucken wir oben. Wird wahrscheinlich abgeschlossen sein. Korrekt. Geht es noch tiefer? Ja, hier ist auch abgeschlossen. So, nächstes Stockwerk. Oh, hi. Wie geht es dir? Nicht so gut. Ich bin ein bisschen paranoid, weil ich bin hier jetzt schon zu häufig überrascht worden. Doris. Ähm. Ed hat wieder Träume über die goldene Stadt gehabt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Barb. Schick ihn zum Psychologen. Er hat ein bisschen bedenken. Er hat ein bisschen bedenken wegen des Soft-Openings. Er hat Visionen, dass etwas sehr Schlimmes passieren wird. Er denkt... Was? Er denkt, er könnte die Locationen... Auf der... Oh, er denkt, dass er die Locations der Bunker falsch quasi dokumentiert hat. Dass er da falsch informiert ist. Hm. Ed is losing it. Oh, Geld. Gehen wir das Geld... Oh, das machen wir eigentlich mal. Was? Das waren nur 21 Dollar. Habt ihr diese Stapel gesehen? Oh. Und eine neue Klamotte. Können wir mal, ähm... Virginia neu einkleiden. Und, und... Ähm... Calvin. Wo der sich auch wieder rumtreibt. Den habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ein Kochtopf. Kann ich nicht mehr tragen. Hab schon einen. Roher Fisch. Hm. Lecker roher Fisch. Ein bisschen Sushi. Okay. Was sind denn da für Notizen noch? This too small... Was? This too shall pass. Please check. Der ist wirklich irre, der Typ. Der labert nur noch Müll. Müll. Ah. Es sind aber schon stylische Wohnungen, muss ich sagen. Auch ganz ordentlich, geschmackvoll eingerichtet. Das ist nicht komplett mein Stil, aber... Ich würde jetzt nicht schreiend davon drehen und sagen, lass, hier soll ich überleben. Ähm... Doc, beruhig dich. Nichts wird passieren. Puffton lebt in einer Fantasiewelt. Der Countdown ist ein Märchen. Mhm. Ja, ja, das haben sie in Lost auch gesagt. Aber da war auch noch eine handgeschriebene... Oh je. Contact Timmy Leblanc. Die Activation will kill us. Ach, die Aktivierung wird uns töten. Jawohl. Verlass die Insel, bevor sie aktiviert wird. Oder bevor etwas aktiviert wird. Die Zahlen sind falsch. Oh je, oh je, oh je. Die waren hier einer ganz großen Sache auf der Spur. Ja, Nudels. 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 Ich habe es. Ich bin so froh. Ich war schon... Ich habe schon echt Zweifel gehabt, dass das Ding hier überhaupt zu finden ist, weil ich schon den Golfschläger in so einer... Ich habe nämlich nämlich erinnert, dass in so einer Wohnung, und deswegen habe ich mich auf diesen Dungeon so gefreut, das Katana ist. Und dann finde ich als erstes diesen Golfschläger und dachte mir so, offentlich, hoffentlich haben sie das jetzt nicht in der finalen 1.0 Version des Katanas sonst wo versteckt. Ah. Oh, da hinten ist eine neue Location. Batterien. Noch eine Mail. Gord. Ich habe ein paar alte Fishing-Dörfer, Fischer-Dörfer gefunden. Jede Menge Tote. Ich drücke komischerweise immer mal wieder die falschen Tasten. So Brain-Freeze-Style. Kann es nicht erklären. Ähm. Bevor... Moment. Bevor ich den Knopf drücke... Ich trage zu viele Batterien. Das Geld und die Uhren nehmen wir mit. Das Geld wird verbrannt, die Uhren verarbeitet. Zu Bomben. Ich hätte gerne einen von diesen Akkuschraubern. Die sehen echt cool aus. Glühbirnen. Batterien. Ein Raumanzug. Warum auch immer. Neuer Ort entdeckt. Luxus-Bunker. Luxus-Bunker. Ah, ich kann hier unten kein Navi öffnen. Da hätte ich jetzt geguckt, wo der ist. So. Weiter hinein. Da bewegt sich was. Da geht's runter. Geht's da weiter? Oh, Babys. Da geht's weiter. Okay, dann gehen wir erstmal in diesen Raum da. Ach, das hat sich bewegt. Videoüberwachung. Live. Da ist irgendjemand da draußen. Ähm. Ein paar Irre sind mit dem Boot angekommen und scheinen sich gegenseitig auf der Insel umzubringen. Hier viel Lore, ne? Äh, Hank, ich mach mir Sorgen über Jianjoo. Ähm, wenn irgendwas, wenn mir irgendwas passiert, schicke das Word, äh, oder den, 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 das Code-Word Jack Holt. Er hat ein Buch über mich mal geschrieben. Ähm, er gehört zur Presse. Zumindest ein Journalist und ich traue ihm. Ähm, er kann, ähm, aufdecken, was hier passiert ist und sicherstellen, dass meine Tochter in Sicherheit ist. Muss ich jetzt hier ein Rätsel lösen? Nö. Ich hab jetzt einfach nur auf Unlock gedrückt. All things are difficult before they are easy. Alle Sachen sind schwer, bevor sie einfach sind. Ja, das ist, ähm, das Dark Souls-Mantra. Aber ich hab jetzt, kann jetzt hier nichts mehr tun. Ich hab nur auf den Knopf gedrückt, okay. Ich fühl mich richtig geil mit meinem, sagen wir's komisch, mit meinem Katana. Hehehehe. Oh. Nix hier, noch tiefer. Oh, immer tiefer, das ist, glaub ich, schon das vierte Unterstockwerk. Ja, tatsächlich, richtig gezählt. Aber hier komm ich auch nicht rein. Oh je. Oh je, oh je. Wahrscheinlich ist die Tür jetzt aufgegangen, dadurch, dass ich oben am Computer... Oh nein, bitte sag nicht. Ich würd gern mal... Oh, das ist ein dicker. Ich hab getroffen. Das hab ich auch getroffen. In die Schulter. Ich muss... Sollte ich nicht versuchen, auf den Kopf zu ziehen, sondern einfach Schaden zu verursachen. Das hat echt gut Schaden gemacht. Diese... Diese Armbrust ist einfach... Bombe. Ich will jetzt erstmal gleich kurz die Enttäuschung ersparen. Sehr gut. Vielleicht kommt man hier raus. Ähm... Ich will... Ich will hier nämlich echt langsam raus. Es ist... Es nimmt schon wieder... Oh. Goldmaske. Es sind schon wieder langsam Züge an, wo ich... Wo mein Nervkostüm aufgebraucht ist. Wirklich. Was ist das? Oh. 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 Also dieser Kult, der hier irgendwie gelebt hat, ist echt maximal merkwürdig. Ritueller Selbstmord. Boah. Mag ich ja gar nicht. Ich trage zu viel Medizin. Ich kann aber auch gerade keine nehmen. Ich habe... Bin wirklich voll. Das ist super. Das beste Gefühl. Nichts hier? Nein. Aber wir haben ja den Girlschläger mitgenommen. Das Katana mitgenommen. Ach, by the way. Ähm. Wo ist es denn? Ich muss das noch auf eine Quickslot-Leiste legen. Wo ist mein Katana? Da. Neun. Ja, natürlich. Ja, das führt jetzt irgendwo hinten raus. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt allzu lang in so einer Höhle unterwegs bin. Wie gesagt, noch mehr Horror kann ich heute nicht mehr ertragen. Oh, hi. Boats. Und oben draußen schauen wir dann, ob ich vielleicht den Luxus-Bunker in greifbarer Nähe erspähen kann. Oder ob der wieder irgendwo ganz woanders ist. Aha. Ja, genau. Das ist kurz vorm Ausgang. Das ist, falls man den Ausgang aus Versehen irgendwie gefunden hat, dann kommt man hier, läuft man hier in die Sackgasse rein und kann nicht von hinten in den Dungeon rein. Das pfeift schon wie Hechtsuppe. Das heißt, wir sind... Nein. Jawoll. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht raus und es ist Nacht. Das könnte nämlich sein. Hubschrauber. Das ist so cool. Das ist so viel mehr Ereignis in dieser finalen Version, als ich es in der Early Access Version kannte. Das ist so großartig. Mann. Ach, ich liebe dieses Spiel. Okay. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine Plane platzieren. Weil... Na, because reasons. Und dann hoffentlich eine gute Nacht haben. Habe ich nur einen Stock? Egal. Wir speichern und dann werfe ich noch kurz einen Blick auf die Karte und schaue mal, ob ich den... VIP-Bunker. Ist es der? Der ist auf dem Weg nach Hause. Das ist cool. Alles klar. Dann wissen wir, wohin wir in der nächsten Episode hingehen. Ha, ha, ha. So. Ich habe gespeichert. Ich lege mich jetzt schlafen. Bereite mich auf die nächste Episode vor. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen von euch freuen. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.